Hallo, schön, dass du da bist. Du willst natürliches Deutsch lernen? Dann bist du hier genau richtig. Höre dir erst die Dialoge an und dann mache die Übungen. Konzentriere dich hier besonders auf Akkusativ und Dativ. Und los geht's! Dialog 1 Hallo, ich bin Tom. Hallo Tom, ich bin Lisa. Was kochen wir heute? Heute kochen wir Spaghetti Carbonara. Oh, das klingt lecker. Kochst du oft italienisch? Ja, besonders gerne Pasta. Und du? Ich probiere gerne neue Rezepte aus. Ich mag auch asiatische Gerichte. Kochst du auch vegetarisch? Manchmal, aber meistens klassisch, mit Fleisch. Ich versuche momentan, mehr Gemüse zu essen. Ich kenne eine leckere Soße für Spaghetti, mit viel Gemüse und auch Fleisch. Dann lass uns heute deine Soße ausprobieren. Übung Finde die richtige Form und entscheide, ob es Akkusativ oder Dativ sein muss. Find the right form and decide if you need to use accusative or dative. Ich probiere gerne aus. Genau, neue Rezepte. Das ist Akkusativ. Keine Veränderung. Ich versuche momentan, mehr Gemüse zu essen. Mehr Gemüse. Das ist Akkusativ. Singular. Es gibt keinen Plural von Gemüse. Did you know that there is no plural of das Gemüse in German? Dialog 2 Hi. Bist du neu hier im Fitnessstudio? Ach, übrigens. Ich heiße Malte. Hallo Malte. Ich bin Julia. Ja, das ist mein erster Tag. Nimmst du an einem Kursteil oder trainierst du allein für dich? Ich trainiere einfach für mich. Aber ich denke auch über einen Yogakurs nach. Und du? Ich mache vor allem Krafttraining. Wie oft willst du trainieren? Zwei- bis dreimal die Woche. Ist es hier immer so voll? Nein, heute ist es besonders voll. Am Wochenende ist es ruhiger. Gut zu wissen. Wollen wir mit dem Training beginnen? Klar. Man sieht sich. Übung. Fülle die Lücken und entscheide, ob du Akkusativ oder Dativ benutzt. Nimmst du an einem Teil oder trainierst du allein für dich? Genau. An einem Kurs. Einem ist Dativ. Ich trainiere einfach für mich. Für mich. Das ist Akkusativ. Ich, mich. Dialog 3 Entschuldigung. Fährt Bus 105 von hier ab? Ja. Er kommt sicher gleich. Ich nehme den gleichen Bus. Ah, das ist gut. Kommst du von der Arbeit? Genau. Ich komme von der Arbeit und fahre nach Hause. Und du? Ich möchte im Zentrum einkaufen. Ich brauche neue Klamotten. Ah, super. Da hast du ja viel Auswahl. Ich gehe in das neue Kaufhaus am Markt. Dort kaufe ich auch immer meine Klamotten. Ich bin übrigens Anna. Freut mich. Ich bin Kai. Ah, da kommt der Bus schon. Übung. Fülle die Lücken aus und entscheide, ob du Akkusativ oder Dativ benutzt. Ich nehme den gleichen Bus. Genau. Den gleichen Bus. Den gleichen Bus ist Akkusativ. Ah, das ist gut. Kommst du von der Arbeit? Von der Arbeit. Von der Arbeit ist Dativ. Dialog 4 Wissen Sie, wohin wir heute wandern? Wir wandern zum großen See. Oh, wie schön. Da war ich noch nie. Sind Sie das erste Mal dabei? Ja, ich bin das erste Mal dabei. Ein Freund hat mir davon erzählt. Das ist sehr gut. Die Wanderungen machen immer viel Spaß. Ich wandere sehr viel. Aber allein ist es nicht so schön. Ja, das glaube ich. Hier können Sie viele neue Leute kennenlernen. Ja, genau. Wie weit ist es eigentlich zum See? Ich denke, es sind elf oder zwölf Kilometer. Übung. Fülle die Lücken aus und entscheide, ob du Akkusativ oder Dativ benutzt. Wir wandern zum großen See. Zu dem großen See. Dem großen See ist Dativ. Hier können Sie viele Leute kennenlernen. Viele neue Leute. Das ist Akkusativ. Es gibt aber im Femininum keine Veränderung der Endung. Dialog 5 Warten Sie schon lange? Ja, schon eine ganze Stunde. Heute ist sehr viel los. Ja, finde ich auch. Mehr als sonst. Ist das Ihr Sohn? Ja, das ist Max. Er ist normalerweise ein bisschen ängstlich und schüchtern. Aber jetzt spielt er ganz zufrieden. Das ist doch schön. Wie alt ist denn Ihr Sohn? Max ist drei Jahre alt. Ist das Ihre Tochter? Ja, das ist Mia. Sie ist auch drei. Sie ist schon eine Woche erkältet. Oh, das ist nicht gut. Die beiden haben sich schnell angefreundet. Ja, scheint so. Meine Tochter freundet sich immer schnell mit anderen Kindern an. Max ist normalerweise anders. Aber mit mir spielt er gern. Übung Fülle die Lücken aus und entscheide, ob du Akkusativ oder Dativ benutzen musst. Meine Tochter freundet sich immer schnell mit anderen Kindern an. Mit anderen Kindern Mit anderen Kindern ist Dativ. Denn nach mit musst du immer Dativ benutzen. Dialog 6 Hallo, ich bin Tom. Schön, dich zu treffen. Hi, ich bin Lisa. Freut mich auch. Magst du das Kaffee? Ja, es ist sehr gemütlich hier. Und du? Ich auch. Was möchtest du trinken? Ich nehme einen Cappuccino. Und du? Ich trinke am liebsten Espresso. Ich bestelle mal für uns. Was hörst du gern für Musik? Ich liebe Filmmusik. Von Hans Zimmer bis Ennio Morricone mag ich fast alles. Wow, wie schön. Ich kann mich auch sehr für Filmmusik begeistern. Außerdem mag ich Queen. Kennst du die Band? Wer kennt die nicht? Sie waren ja weltberühmt. Ich kenne auch viele Lieder von Queen. Übung. Schön, dich zu treffen. Dich. Das ist die Akkusativform von Du. Dialog 7 Entschuldigen Sie bitte. Hält dieser Bus am Alten Markt? Ja, in etwa drei Minuten. Sind Sie neu hier in Lübeck? Nein. Ich fahre aber sonst mit dem Auto. Warum sind Sie dann heute mit dem Bus unterwegs? Mein Auto ist leider in der Werkstatt. Da musste ich den Bus nehmen. Verstehe. Ich fahre nur mit dem Bus. Ein Auto habe ich nicht. Das ist auch gut. Manchmal ist es auch bequemer. Man kann etwas lesen oder Musik hören. Ja, oder sich mit Leuten unterhalten. Übung. Warum sind Sie dann heute mit dem Bus unterwegs? Mit dem Bus. Dem Bus ist Dativ. Nach mit musst du immer Dativ benutzen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schreib uns doch einen Kommentar. Oder schenk uns einen Like. Bis zum nächsten Mal.